Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Al-Tana. Der neundimensionale Arcturianische Rat durch Daniel Scranton Keine Vergleiche, übersetzt von Al-Tana Seid gegrüßt. Wir sind der Arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Dies ist die perfekte Zeit für euch alle, damit ihr aufhört, euch mit anderen zu vergleichen. Und hier ist der Grund, warum wir sagen, dass dies der perfekte Zeitpunkt ist, dies zu tun. Ihr werdet euch eurer Fähigkeiten als bewusste Schöpferwesen bewusst. Und was ihr am Übergang des Erschaffens seid, ist das, was in eurer Realität noch nie gesehen, erlebt oder sogar geträumt wurde. Daher macht es wenig Sinn, sich selbst zu vergleichen oder seinen Erfolg mit dem anderer zu vergleichen. Ihr alle seid jetzt hier, um neue Wege zu beschreiten und das Bewusstsein in der vierten Dimension jenseits dessen, was es jemals zuvor war, zu erlangen. Das ist es, was die neue Version der fünften Dimension erschafft, die ihr alle erleben wollt. Es ist das Loslassen von Vergleichen mit dem, was gewesen ist, das euch über das hinausführen wird, was jemals erschaffen wurde. Es ist an der Zeit, dass ihr alle euch selbst als die Pioniere erkennt, die ihr seid, indem ihr das Leben auf dem Planeten Erde zu neuen Höhen bringt und euch selbst über das hinaus bewegt, wo ihr jemals zuvor gewesen seid. Das ist keine kleine Aufgabe und die Wesen, mit denen ihr zusammenarbeitet, um all das zu verwirklichen, schaffen die Synergie mit euch, die alles möglich macht. Ihr arbeitet mit hochfrequenter Energie, ihr arbeitet mit hochfrequenten Wesen und ihr bringt die höchstfrequente Version von euch selbst hervor, die ihr je erlebt habt. Deshalb kann das, was ihr erschafft, nicht mit irgendetwas anderem in der ganzen Realität verglichen werden. Wenn ihr vergleicht, wie viel Geld ihr verdient und wie viel Geld jemand anderes verdient, oder wie viele Häuser ihr habt und wie viele Häuser jemand anderes hat, dann bleibt ihr in einem dreidimensionalen Bewusstsein. Jene Arten von Vergleichen haben keinen Sinn, wohin ihr geht, weil ihr so unterschiedliche Leben in der fünften Dimension führen werdet. Es wird keinen Vergleich geben. Es ist sinnlos zu vergleichen, wo man sich befindet, mit dem, wo jemand anders ist. Ihr seid alle so schön verschieden und wo ihr seid, ist einzigartig für euch. Es ist nicht das, was euch definiert, aber es gibt euch die Möglichkeit, euer Zeichen zu setzen. Euer Zeichen wird wie kein anderes sein. Das ist unser Versprechen an euch. Wir sind der Aktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Wir sind der Aktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.